So weiter geht's. Wobei, bevor wir nach Fort Kandor gehen, muss ich noch mal auf meine schlaue Liste gucken. Ich glaube, hier gibt es auch noch ein Feindeskönnen. Haben wir, haben wir, haben wir. Zemzeletz. Ein Zemzelet muss ich hier finden. Bist nur ein Zemzelet. Ah, das ist der Elber. Ah, dann hol ich's wieder nach unten. Ah, dann hol ich's wieder nach unten. Hier ist es zwei Zemzeletmänner und Formula. Oh, ich bin jetzt... Oh, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Das Zemzel ist tiefabend. Da hab ich das Heilmus-Ach gelassen. Ich steh auf und krieg sofort die Haltung. So. Oh, das ist passiert. Oh, das ist passiert. Ich bin ein Stück auf dem Weg. So, komisch. Oh, das ist passiert. Das ist passiert. Also, der ist ein Stück weit weg. Das war's für heute. Nee, noch nicht. Ein Zemzellend, was ich hier erst füge. Oh, herr. Moment, erst mal. Du bist ein Zemzellend. Du bist ein Zemzellend. Bitte sein, die Schumpf. Das macht einen Angriff, den ich lernen kann. Oh, ist das schon mit weißem Wolken? Nein. Alle in Abfallstömmern. Die weiße Wind. 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 Das war's für heute. Oh, das ist gut. So, jetzt machen wir weißer Wind. Nicht Donner Schlag! Ja, kaum. Ach so. Jetzt wird's gut. Okay, ja. Klauen. Oh, hat mich so schwer. Ah, wer wollte denn? Ich kann schon mal auf der nächste will. Waaat mich einfach nicht so schwer! Ja. Bist du kalt? Waaat mich jetzt? Ja, haben wir gefangen? Das war's für heute. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Fuck. Das war's für heute. Das war's für heute. Third time's the charm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ja ultra ärgerlich. Mach doch den weißen Wind, mein guter Zemzellet-Freund. Ich meine, es ist trotzdem gutes Training. Also es ist ja nicht, dass man sagt, die Zeit wäre verschwendet. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.